ARD Text im Auftrag von Funk Hallo die Falksund, wir sind schon unterwegs. Wir haben ein wenig verarmt und sie jetzt gleich will ich kaufen. ARD Text im Auftrag von Funk 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 Das ist ein Zeug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Er ist der Meinung, die Leute würden Qualität schmecken. Ich bin völlig einer Meinung. Hallo Bomby, schön dich hier zu sehen. Bist du auf der Suche nach dem Samen mit dem höchsten Ertrag? Ich schlage vor, du pflanzt einfach an, was du möchtest. Der Rest wird sich dann schon von selbst ergeben. Und da war's für heute. Und da war's für heute. Und da war's für heute. Und so viele Gemeinschaftsaktivitäten besuchen zu müssen. Ich würde lieber zu Hause bleiben. Aber ich weiss, dass Emma gerne hingehen möchte. Oh, es ist schon fast Winter. Oh, es ist schon fast Winter. Und ich würde hier ein paar Monate ein gutes Training zu absolvieren. Damit will ich nicht sagen, dass man gegrygte Fische nur im Herbst essen kann. Denn das kann man gegrygte Fische. Fische ist ein hervorragendes Essen, das zu jeder Tages- und Jahreszeit genossen werden kann. Aber es schmeckt so viel besser, wenn das Wetter ein wenig frisch ist im Herbst. Und dann geht's. Dann geht's mir wieder. Das war's. Meine liebe Freundin Bré hat Geburtstag. Hier muss man nachsehen ob ich eine Jackfruit herumliegen habe, sie liebt solche Sachen. Nein. Da. Ich bin nicht, sieht heute ein Zuckend aus. Schönen Donnerstag, Bumbi. Kaltes Wetter ist eher so mein Ding, glaube ich. Es gibt nicht zu viele Stechmücken und ich wache immer so erfrischt auch. Ich erstelle gerne Ernte-Dankfest-Inhalte. Das ist eines der wenigen guten Dinge in dieser Stadt. Strücken hält die Gelenke gesund. Hast du das gewusst? Ich muss mich auf die Grusel-Tage-Fest vorbereiten. Meine Follower lieben meine Posts darüber. Oh, wie ich dann helfe liebe Schriftsteller singen seit die Urzeiten Lobslieder über diese Jahreszeit. Es ist die Jahreszeit der frischen Brise und köstlichen Gemüsesorten. Unsere Familie ist in Starlet Town sehr engagiert. Wir organisieren in der Stadt Feste und verschiedene Dekorationen je nach Jahreszeit. Die Deko des Herbstfests gehört zu meinen absoluten Favoriten. Knie, dieser Ort eignet sich gut zum Sammeln von Pilzen und wildem Gemüse. Die Deko des Herbstfests. 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 Achtung! Von Osten her zieht kaltes Wetter auf, bald wieder Schnee geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Und kaufen... Die Schäfte oder die Tür... Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020